Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Glas Trösch, Faszination Glas. Mehr Infos finden Sie unter www.glaströsch.ch und www.bauschweiz.ch Das Portal für Bauen und Wohnen. Am 28. Februar geht unsere Themensendung Küche und Kulinarisches 2019 online. Die beliebte TV-Moderatorin und Ex-Misch-Schweiz Tanja Guttmann präsentiert Ihnen die neuesten Tipps, Trends, Innovationen rund um das Thema Küche und Kulinarik. Unter anderem zeigen wir Ihnen auch einen Beitrag vom Tag der Küchenneuheiten 2019 vom Branchenverband Küche Schweiz im Classic Car Museum in Saverwil. Natürlich präsentieren wir Ihnen auch spezielle Kochtipps von Profis und unkonventionelle Kocharten. Also nicht verpassen! Am 28. Februar online auf www.bauschweiz.ch